Ein Jahrmarkt. Zu Beginn des Jahrhunderts aufgenommen von Julius Neubronner, Hofapotheker zu Kronberg im Taunus. Das Kino ist noch die Sensation von Schaustellern. Dort bewundert der Hofapotheker das lebende Bild. Dann kauft er sich selbst eine Kamera, den ernemannischen Kinematografen für 17,5 Millimeter Film. 75 Jahre später kommentiert Karl Neubronner die Filme seines Vaters, der einer der ersten Kinoamateure Europas war. Das ist in Kronberg in unserem Garten aufgenommen, in dem auch die anderen Aufnahmen gemacht wurden. In diesem Garten war eine Bühne aufgebaut, auf der man vor Kulissen alles darbieten konnte, was nachher gezeigt wird. Und hier ist die Familie Neubronner, die geht spazieren, oben in dem Garten vor der Kulisse. Das sind die Hauslehrer und die Hauserzieherin und das ist mein jüngster Bruder. Der Junge, der eben Urweich erteilen durfte im Film, da war ich eine schöne Rolle gewesen für mich. Das ist mein Vater, mein Bruder und die Familie schart sich da um den Vater rum und begrüßt ihn. Amen.